Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute zusammen mit Merle. Ich glaube, ich muss sie nicht vorstellen, das habe ich jetzt gerade in den vergangenen fünf Videos schon gemacht. Wir hören uns heute einen neuen Song von Luciano an. Du magst Luciano? Ich feiere Luciano extrem, extrem. So wie ich. Und ich feiere ihn seit eiskalt. Okay, okay. Wie gesagt, ich mag Luciano, wir feiern beide Luciano. Den neuen Song, ich freue mich drauf. Was gibt es noch zu sagen? Also, wir haben heute natürlich sehr viele Videos, weil ihr wisst, es ist Donnerstag gewesen. Donnerstagabend oder Nacht wird immer so viel gedroppt. Und wir werden uns nicht alle Videos geben, nur ein paar. Ein paar haben wir uns rausgesucht, die wir auf jeden Fall sehr interessant finden und diese auch abchecken möchten. Und ich freue mich schon mal auf diesen Song. Ich glaube, hast du noch was hinzuzufügen? Ich glaube nicht, ne? Auch mal heute mit weiblicher Expertise. Achso, ja, klar, natürlich. Es ist immer gut, zwei Meinungen zu haben. Und wir können darüber ja immer reden, ne? Das ist immer gut. Ansonsten, lass uns mal loslegen. Los geht's. Erfolg ist kein Glück und auch kein Zufall. Natürlich. Erfolg ist harte Arbeit. Ja. Ach, wartet mal. Was ich gerade sehe, es tut mir leid, äh, habe ich jetzt gerade es gecheckt. Ich glaube, das Bild, jo. So, das Bild hat nicht gepasst. Jetzt. Genn ich gar nicht. Also, Ghana-Beats noch nie gehört. Gennaro habe ich auch noch nie gehört. Bin ich mal gespannt, ob jetzt hier gerade Luciano sich so ein bisschen ausprobiert. Also, die Beat-Produzenten kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne so, ich kenne viele Beat-Produzenten, aber von denen habe ich echt nicht gehört. Video-Eingang ist aber schon mal geil, ne? Hier, muss man sagen. So, hier, so diese, diese Partikel-Effekt, so als würde das irgendwie so 80er oder 90er sein, so komisch, ne? Ja. Alles klar. Ich wollte gerade Cola trinken, schon ballert mir das in die Ohren rein. Guck, 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 guck. Direkt los. Guck mal im Hintergrund. Wo ist das? Ich weiß nicht. Ein Becken und hinten ist einfach so umgedrehte Pyramide. Krass. Es sieht so aus, als wenn die irgendwie so im Museum sich gemietet haben und da so geflutet haben, damit ihr so gesehen im Wasser stehen kann, sieht so danach aus. Oder so eine krasse Villa oder irgendwie sowas. Egal. Beat ist bisher nice. Beat ist geil. Beat ist sehr, sehr nice bisher. Kann man sagen, es ist ein Drillbeat? Nee. Also, hören wir uns mal genauer an. Wenn das jetzt noch Loredane ist, dann also flippe ich aus. Nein, nein, nein. Guck, ihr Butt ist danger. Ich finde das immer so geil. Ich finde das so immer, das hört sich immer so danach an, wenn mir so der Text fehlt, dann mache ich so... Das stimmt, ja. Ja, so? Das stimmt. Aber trotz wie er das macht, das sind ja keine Ad-Libs mehr. Das ist ja mehr so, schon so textlich gesehen. Aber es passt so geil dazu. Es passt zu ihm so, aber ich finde, er rappt anders. Er rappt in diesem Song anders. Ach so, du meinst jetzt vom Style her? Ja, finde ich. Okay, das... Jo, Jo, Jo. Kommt mir so rüber. Jo, Jo. Gebe ich recht. Ja, das ist schon so dieser Drip-Rap. So Drip... Es ist auch ein ganz komischer Beat, so würde ich jetzt sagen. Eigentlich, ich weiß nicht, kann man... Ich meine, das ist kein Drillbeat. Wir sind verwirrt. Wir sind verwirrt. Der Song verwirrt uns. Ja. Ich weiß nicht, ich habe schon mal einen Drillbeat gehört. Ich finde, weil Drillbeat sind ja so gesehen, die snaret so ziemlich schnell und die ist ja nicht immer exakt, sondern die... Das ist ganz komisch zu beschreiben, wie gesagt. Drillbeat sind so... So ein... So eine Nummer für sich. Mhm. Aber das ist so... Eher so ein Drip-Rap. Es ist irgendwie anders. Es ist auf jeden Fall anders. Es ist anders. Mhm. Ich fahre ja da so zu Tode. Er hat das fast in jedem Lied. Jedes Song. Ja, es ist auf jeden Fall ein Museum. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Museum. Allein schon sieht man hier so, wie die Bilder hängen. So hängt man eigentlich in Museen die Bilder auf. Also hier auf diesem Seilzug oder was auch immer. Also dass sie auf jeden Fall so ein Museum gemietet haben. Wenn das wirklich... Also wenn das wirklich ein Museum ist und die haben ihnen erlaubt, das zu fluten, weil das ist ja... Glaube ich nicht. Nein. Oder es ist eine andere Location vielleicht. Aber das sah geil aus. Das sah geil aus. Das sah richtig... Das sah schon geil aus. Bombe aus. Das war nicht Loredana. Ja, vielleicht hat er gedacht, ich mach mal Loredana Feature. Nee. Also Gesicht versteckt, weg. Nee. Jetzt ohne Spaß. Ist crazy, dieser Clip. Ich weiß nicht, was ich dazu gerade sagen soll, weil das macht mich gerade baff. Schauen wir weiter. Das meine ich. Immer aus dem Beat kommt und der macht so... Digga, was hat er gesagt? Digga, ist egal. Moment, nochmal. Nochmal. Wieder dann so auf diesem Beat, weißt du... Das ist einfach krass. Und sie liegt einfach auf so einem Tennis-Court. Wirk... Tero, wirklich. Ich verstehe den Clip auch nicht. Ich warte mal. Jetzt bin ich komplett... Wir gucken weiter. Wenn man immer denkt, die übertreiben nicht genug, dann übertreiben die so hoch, dass man denkt, höher geht's nicht. Und dann kommt wieder was nächstes. Also das ist schon krasses Level. So in einem Museum ist es schon krass. Auf jeden Fall. Nicht jedes Museum macht sowas mit auch noch. Weil es ist ja... Wenn man sich so ein bisschen noch überlegt, der Raub zum Beispiel mit der goldenen Medaille, das sind ja die Museen mittlerweile sowieso schon so krass skeptisch. Und dann noch ein Rap-Video in einem Museum zu drehen, ist schon krass. Ist schon krass. Vielleicht täuschen wir uns. Und das ist kein Museum. Aber für mich sieht das... Alter, wo gibt's denn so? Das ist ein Museum. Auf jeden Fall. Oder das ist hier dieses... Wie heißt das nochmal? Dieses Neuscheinstein? Neuscheinstein? Ja. Ich glaube, das sind einfach zwei Locations. Also ich glaube, das hier ist jetzt kein Museum mehr. So. Ich glaube, das sind zwei Locations. Das könnte auch sein. Aber guck mal, wenn du dir hinten anschaust, hier dieses Licht hier, das sind so... Diese Kerzenständerlicht. Sieht aus wie ein Kloster. Äh, 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 äh. Gehen Nonnen schwimmen. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber Drip hat er auf jeden Fall. Der Song hat Drip. Total, total. Boah, ich mag Luciano. Der steigert sich. Also seid eiskalt. Ist für mich schon so mit... mit ihm. Ihr seid so. Ja, ich seid so. Nein. Ich meine die Musik. Ah, ist krank. Hast gesehen? Tennis spielt er jetzt. Er reicht egal. Ihr B-B-B-Danger. Hat auf jeden Fall was. Nochmal die Uhr kurz am Ende gezeigt. Ja, ja, hier. Ich, ich flexe gerade so. Ja, das musste kurz sein. Nicer Song. Text kann man drüber streiten, ob man den jetzt so feiert. Aber ansonsten, ich fand den Song geil. Ja, wie der so auf den Beat auch kommt. Und dann hat man so das Gefühl, ich weiß nicht, man drippt einfach so mit. Genau. Einfach, einfach guter Song. Der Typ ist geil. Ich feiere Luciano. Ich hoffe, er steigert sich noch weiter. Meiner Meinung nach ist jeder Clipper dann irgendwie ganz individuell so. Und ich mag ihn einfach als Musiker. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Haut rein! Schivas Eis, an der Weiß, Black Express. Sie schieben Augen in meiner Stadt Konkurrenz. Ich lasse stehen, mache Bac. Denn meine Chaya ist so heiß wie Saara. Gebe Gas, ein Weiß, Lef ist Gypsy. Niemals komplett die Street und Back wird beißen wie ein Belly. Ja. Ja.